Den-den-den-den-den, den-den-den-den-den-den, den-den-den-den-den-den, den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den. Hey, hur hast du? Johann Sebastian, Johann Sebastian, Bach, Bach, Bach. Hast du denn früher auch schon mal am Klavier Platte gemacht? Platte am Klavier, wie Bach von Mozart, bin ich jetzt wieder hier. Der Künstler braucht seine Freiheit und du hältst es ja mal für einen Moment kurz als Maul. Halt kurz als Maul, ich nutze es aus meiner Freiheit und das soll auch mal gut gehen. Halt mal dein Maul, denn ich bin jetzt wieder am Start. Heute bin ich in Leipzig, gestern war ich in Nürnberg, morgen fach ich nach Berlin. Hier können wir, oh, gutes Mordhörder, mäßiges Zeug besorgen zum Ziehen. Aus Tschechien, aus Prag, aus der Tschechoslowakei, fahren wir dann nach Wien und da geht es richtig ab. Hier, was geht? Das ist noch in Wien. Das ist noch in Leipzig. Mit der Tingle-Tangle-Bahn gefahren. Nach Franken, über Franken, nach Thüringen, nach Sachsen, Allert, über Sachsen, nach Leipzig. Da sieht man noch was von Land und Leute, oder? Ja, da sieht man noch was mit den Neunau-Trägern. Sieht man noch was, oder? Genau, da sieht man noch was. Genau, um so ein bisschen rumfahren hier. Wir waren gestern auf dem Bierfest in Nürnberg. Heute sind wir in Leipzig. Sag mal, hallo, wie geht's? Ich bin seit 48 Jahren das erste Leipzig gefahren. Ehrlich? Ja. Und vorher immer Auto oder was? Ja, LKW gefahren. LKW. LKW und nur PKWs. Dann hat dich das Neunau-Trägern angeregt, vorzufahren? Ich muss mir jetzt das MHD überzüge. Okay. Ich muss mir das überheben. Okay. Das ist eigentlich auch eine halbe Stunde. Nein, das ist alles. Das lohnt sich aber mit dem Fingern. Das ist gut. Alles gut, ja. Kannst du dich ganz Deutschland fahren? Du bezahlst die 6 Euro schon, äh, 6 Euro Bock, ich kann mit dem Bock an. Genau. Ich war im December schon bei dir auch. Da bezahlst du neun auch für den ganzen Monat. Vielleicht kannst du Deutschland. Nein, das ist schön. Super. Alles noch. Alles Gute weiter. Na. Hat der Herr Durst gerade eben getrunken, der Kleine schon hier? Ja, Mutti, hat er schon. Hat der Herr Durst? Das ist jetzt beim Johann Sebastian Bachs jetzt da. Ich hab' du als Faskalien getrunken. In diesem Sinne mal hier, checkst du mal aus, guck mal was noch passiert hier. Bei Snacken, Coffee. Ein paar Muschis lecken oder was? Checkst du aus, das ist jetzt in Leipzig. Und was dann passiert, das weiß weder die Deutsche Bahn Fahrplan-Auskunft, noch weiß das der Hund, noch weiß das mein Schlafzack. Das weiß nur, der liebe Gott. In diesem Sinne checkt's aus. Hier. Woo!